So, einen wunderschönen guten Morgen, ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting hier am Donnerstag, den 21. Oktober 2021. Gemeinsam mit Mark, jetzt wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen und wir haben natürlich eine Packed Agenda. Der eine oder andere wird es gestern gesehen haben, Bitcoin auf neue Allzeithochs ausgebrochen und es gab einen Retest der Ausbruchsregion. Ich will das zum Thema machen, weil dieses Setup sich wirklich so, naja, es hat sich angedeutet, es hat sich angedeutet, dass es eine Möglichkeit darstellt und es ist wirklich bilderbuchmäßig, tatsächlich hat sich herauskristallisiert. Ich hatte das gestern auf eine Rückfrage tatsächlich so thematisiert gehabt, werde das gleich jetzt natürlich zum Thema machen. Aktuell drehen wir wieder auf, also diese Abwärtssequenz, diese kurze Korrektur nach diesem Break auf neue Allzeithochs scheint jetzt abgeschlossen zu sein. Und ich hatte gestern ja schon oder auch die letzten Tage gesagt, ein Breakout, der setzt hier durchaus weiteres Potenzial auf der Oberseite frei, bis 70.000 Dollar, eventuell sogar deutlich drüber. Und aktuell gilt hier ganz klar die Devise bei der Dip. Wir haben gestern Tesla Earnings zu sehen bekommen, Tesla Crushing Numbers, also sehr, sehr gute Zahlen, die sind erwartet worden, nachbörslich die Aktie natürlich ein bisschen unter Druck gewesen. Natürlich deswegen, weil wir schon vorher ziemlich mit Vorschussläubern in diesen Earnings Release reingelaufen sind. Und nun stellt sich halt so ein bisschen die Frage, wie tief keine Korrektur sich da bieten. In der Nachbörse sind wir bis 850 gedroppt von inzwischen zeitlich 8,70, glaube ich 8,75 sowas in dem Dreh, also wirklich marginal. Wir haben also wirklich uns immer noch auf relativ hohen Niveaus haben wir uns halten können. Was zeigt, wie ultra stark weiterhin Tesla eben doch ist. Und weswegen ich mir in Anführungsstrichen wünsche, dass wir nochmal einen kurzen Flasch in Richtung 800 vielleicht auch leicht runter zu sehen bekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass das dann auch nochmal ein sehr, sehr interessanter Bereich sein könnte, um sich dann mittelfristig long zu positionieren, in Erwartung, dass es dort zu einem Push auf neue Allzeithochs kommt und dann vielleicht früher oder später auch der Bruch über die Tausender Marke eben tatsächlich eingeleitet wird. Gold, Silber ist übrigens über die 24 gelaufen. Wir hatten Silber jetzt lange Zeit zum Thema gemacht, haben jetzt schlussendlich den Bruch auf den Weg gebracht. Und das trotz eines verhältnismäßig nahe durchwachsenden Umfeld eigentlich, also Zinsen, 10-jährige US-Zinsen, sind ja hier deutlich weiter auf dem Vormarsch. Dass sich Edelmetalle derart stark präsentieren, ist ein Zeichen auch von Stärke und vielleicht suggeriert auch hier weiteres politisches Potenzial. Da werfen wir auch einen Blick drauf. Die 23,50 in dem Zusammenhang sei schon mal genannt, die es gehalten hat werden können oder hat gehalten werden können. Das hat jetzt dazu geführt, dass ich unter dieses Niveau übrigens meinen Stop nachgezogen habe. Wie gesagt, wir machen es gleich hier zum Thema. Wir haben auch neben Tesla noch andere Einzeltitel, die durchaus von Interesse sind. PayPal und Pinterest. Jetzt wird sich der eine oder andere denken, hm, okay. Da zeichnet sich eventuell einer der größten Merger ab, den wir in jüngerer Zeit zu sehen bekommen haben. 45 Milliarden hat PayPal laut Gerüchten zufolge wohl geboten für Pinterest. Wir werden da gleich mal kurz auf die Geschäftsmodelle schauen. Pinterest ist ein super starker Growth-Titel, ebenfalls mit maximalen Wachstumsaussichten, tatsächlich ausgehend von den jüngsten Zahlen. Hat da potenziell auch heute dann das Potenzial eben folglich heiß zu sein und ein Einzeltitel zu sein, den man auf dem Schirm haben sollte. Ja, also wir haben einiges auf jeden Fall und werden da in den Folgeminuten auf jeden Fall einen Blick drauf werfen. Dann werden wir natürlich auch einen Blick werfen auf den DAX und dergleichen, wobei sich da die Price Action gerade so in Grenzen hält. Ganz offizieller Start mit dem Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die auf Margin gehandelt werden, um mit dem Risiko einhergehend schnell Geld zu verlieren. Sind nicht für jeden Anleger geeignet, ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil. Mache man sich mit diesem eben vertraut und entscheide dann, ob der Handel sich für einen eignet. Wenn das so ist, dann hat man die Möglichkeit, sich über markets.com.de eine Demo runterzuladen, kostenlos den Handel auszuprobieren. Wenn dann dort die Entscheidung gefällt, dass man sich langfristig auch live hier den Handel vorstellen kann, dann kann man dort natürlich auch einen Live-Konto eröffnen. Vollständiges Risiko hinweist markets.com.de. Dort findet ihr auch weitere Informationen zu darüber hinausgehenden Produktpalette, physische Aktien, ETFs und dergleichen. Gerne alle Informationen auch per Mail erfragen an die Elena. Ich stehe euch gerne zur Verfügung, wenn es Fragen gibt rund um die Märkte, Einschätzungen, Asset-Klassen, jeglicher Couleur, jeglicher Einzeltitel und dergleichen, die ihr dort als spannend erachtet. Heute früh kam eine interessante Frage zu Eikstron zum Beispiel, also ein deutscher Titel an der Stelle. Wir können gleich mal kurz einen Blick drauf werfen, wurde in der Discord-Community bestellt die Frage. 20er-Level ist da vielleicht ganz interessant. Ja, also wenn ihr Fragen habt rund um die Märkte, wie gesagt, gerne unterhalb dieses Videos die Fragen stellen. Wenn ihr darüber hinausgehend Kontakt aufnehmen wollt, gerne per Mail, gerne über meine Webseite jk-trading.com slash forum, gerne auch über Twitter, stehe euch da gerne zur Verfügung. Und so, jetzt blicken wir einmal hier auf die MarketsX-Handelsplattform und ich räume einmal hier alles auf. So, schau, ob alles gut gestreamt wird. Das sieht schon mal sehr gut aus. Hier wird alles gut gestreamt, hier wird alles gut gestreamt. Gut, einen Moment. Excellent Connection ist zwar gut, aber ich würde doch gerne auch ein Bild sehen. So, einen Moment. Sehr schön, das sieht auch gut aus. Also, sollte sich das ändern, wie gesagt, gerne einen kurzen Wink hier in die Chatbox geben. An alle diejenigen, die bei Twitter, äh, bei Twitter sag ich schon, bei YouTube zuschauen. Hier einmal der Link, sollte es Schwierigkeiten geben. Das ist ganz interessant, auch jetzt unter der Woche. Es gab ein bisschen Schwierigkeiten mit dem, äh, mit dem Stream. War wahrscheinlich bandbreiten Probleme. Also, ich gehe allerdings eher davon aus, dass es, dass die interne Software war, weil ich hatte hier bei mir, ähm, mit WLAN keinerlei Schwierigkeiten. Ähm, interessanterweise wurde alles sauber und smooth bei Twitch gestreamt. Also, ich habe jetzt hier mal den Link zu Twitch eingestellt. Wer also hier bei YouTube sagt, okay, da hakt es ein bisschen, gucke einfach gerne mal auf den Link, klicke da drauf, gehe rüber auf Twitch. Da wird das über so eine Split-Lösung eben an beide Kanäle gesendet. Das heißt, ihr kriegt halt nur dieselben Informationen, wie auch hier bei YouTube. Und, ähm, so, langer Rede kurzer Sinn. Jetzt geht's los. Also, wir schauen mal ganz kurz hier auf den DAX, wie sich der präsentiert. Heute machen wir mit einem kurzen Flasch unter die 15.400er Marke. Allerdings sofort zurückgekauft worden. Ähm, ich werde mittlerweile schon erstaunlich bullisch, ehrlich gesagt, für Equities. Trotz aller Sorgen, ähm, die man hat, die auch gerechtfertigt sind mit Sicherheit. Aber es manifestiert sich mehr und mehr irgendwie der Eindruck, ähm, dass diese Party noch nicht zu Ende ist. Also, wenn auch sicherlich weiter, absolut legitim, Gründe ins Feld geführt werden können, warum das alles andere als gesund ist und, äh, diese massive Manipulation der Notenbanken ist, die wir hier zu sehen bekommen, durch den geldpolitischen Stimulus, der da auf den Weg gebracht wird und dergleichen. Ähm, es ist alternativlos, in Anführungsstrichen. Es macht sich mehr und mehr bemerkbar. Growth-Titel sind weiterhin tatsächlich the place to be, trotz anziehender Inflationserwartungen, anziehender Zinsen in diesem Kontext und dergleichen. Ähm, das wird früher oder später kippen. Da stehen wir, da sind wir alle einer Meinung. Aber bis dahin, bis die Musik spielt, in Anführungsstrichen, sollten wir eben tatsächlich weiter, ähm, auf der Party tanzen. Und demnach, äh, bin ich dann auch in Bezug auf, auf solche News wie gestern, nicht nur im Hinblick jetzt auf Tesla beispielsweise, sondern auch Paypal, Pinterest und dergleichen, bin da sehr, ähm, sensibel, in Anführungsstrichen, beziehungsweise, hab da durchaus, es gibt da durchaus ein sehr, sehr bullisches Bild, was ich hier rauskristallieren kann und deswegen diese Titel auch weiterhin durchaus interessant sind. Der DAX ist jetzt nicht, äh, ist kein klassischer, ich sag mal Growth-Index. Aber nichtsdestotrotz, auch hier werden sich natürlich dann die entsprechenden positiven Effekte aus diesen Bereichen auf den breiten Markt über, Wappen übertragen und folglich, ähm, sind die Vorgaben weiterhin ganz klar bullish. Wie gesagt, kurzer Flasch, unter die 15.4, sofort zurückgekauft worden, da konnten wir es hier sehen zur Markteröffnung und, ähm, sind jetzt aus der Open Range auf der Oberseite ausgebrochen, haben den EMA 50 auf 5 Minuten Basis erobern können. Das ist für mich erstmal auch rein technischer Perspektive, auch ein Long, ähm, Engagement, ähm, Longgrund, oder beziehungsweise unterstützt mich in dem Fall in meinem, in meinem Long-Bias. Wir sehen einen kurzen Pull-In, können den EMA 50 aber weiterhin halten, halten uns oberhalb eben der, ähm, Open Range an der Stelle oberhalb des Kassa-Obens. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, 15.500 bleibt also die Inflection. Aktuell sehen wir noch kein deutliches Abstoßen, aber ich kann mir gut vorstellen, besonders dann, wenn es eben eine Markierung neuer Tageshochs gibt und wir dann hier über diese, ich nenne mal einen Konsolidierungshochs, die sich so herauskristallisiert haben. Also das war jetzt gestern kein super starker Tag, das war relativ unspektakulär, was uns der Aktienmarkt hier präsentiert hat, also der Taxi an der Stelle präsentiert hat, aber sobald wir über 5.30 laufen, glaube ich, sind wir in Anführungsstrichen off the races und haben eine gute Chance, mindestens den Bereich 15.600, 15.630 anzulaufen. Jetzt überwinden dieses Bereich, wir hatten gestern ja schon gesagt, man könnte, man sollte vielleicht sogar sagen, dass das die Region um die derzeitigen Wochenhochs ist, weil das hier im vorbörslichen Handel stattgefunden hat am Montag, als wir reingekommen sind, also das halt vorbörsliche Handel tatsächlich, also 0 Uhr relativ früh, 2 Uhr, 2.15 Uhr kommt Volumen rein, sofern man überhaupt von Volumen sprechen kann im Hinblick auf den DAX. Deswegen könnte man durchaus so weit gehen und sagen, das ist hier so die Region, roundabout 5.70, 600, welches die Wochenhochs eben ausmacht. Mit Überwinden, wie gesagt, werden da weitere bullische Impulse geliefert, die uns zunächst Richtung 600, 6.30 führen und darüber dann in Gefilde bis 15.700. Also Vorgaben bleiben alles in allem weiterhin bullisch. Auch wenn der DAX jetzt nicht unbedingt meine First Choice, also meine erste Wahl wäre. Tatsächlich, ich glaube, da gibt es andere Indizes, die attraktiver, relativ stärker sind. Nehmen wir in dem Zusammenhang den S&P, aber nehmen wir beispielsweise dann nochmal eine Etage drunter, nehmen wir halt Einzeltitel, da gibt es durchaus vielversprechendere und auch von der Struktur her sauberere Märkte, die eben attraktiver sich anbieten. Im Hinblick auf den S&P, hier kann man sehen, Rückeroberung der 4.400er Marke, die gelungen ist, das ist schon letzte Woche am Donnerstag ja erfolgt. Wir konnten dann eben oberhalb dieses damals ausgemachten Schlüsselbereichs, 4.4.30 war es, uns halten. Am Montag konnten wir diesen Bereich verteidigen und sind jetzt weiterhin eben auf der Oberseite am Performen, sind in Richtung der Allzeithochs gelaufen. Und es ist auch hier wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, haben wir eben einen Bruch auf neue Allzeithochs zu sehen bekommen. Also auch das bestätigt hier, die Price Action gibt einfach ganz klar den Takt vor und sagt einfach, wir sind dahin ganz long. Unabhängig davon, welche Skepsis sich auch an welcher Stelle durch was auch immer begünstigt und absolut auch meiner Einschätzung nach gerechtfertigt äußern lässt, aber am Ende gibt der Markt den Takt vor und genau diesem Takt sollten wir dann eben hier nachführstrichen Folge leisten und eben entsprechend dann mit dieser Musik tanzen, also folglich die Long-Seite favorisieren. Potenzielle Regionen, ja, wir können hier das dann entsprechend auch technisch ganz klar quantifizieren, welche Region da von Interesse ist, sofern solch ein kurzer Flasch vielleicht sich mal herauskristallisiert. und zwar Region um roundabout 4.480, insofern solch eine angelaufen wird. Also wir sehen, wir haben hier infolge der jüngsten Price Action unglaublich steilen Kursanstieg zu sehen bekommen. Das darf man gelegitim als, ich sag mal, ungesund bezeichnen, ja, und wenn wir diesen Bereich jetzt oder diese Trendlinie kurz unterbrechen, dann gibt es zwei Szenarien. Vor dem Hintergrund der derzeit mit relativen Stärke hat das Szenario, wo wir eine Konsolidierung hier knapp unterhalb der Allzeit hochzusehen bekommen, eine höhere Wahrscheinlichkeit, ehrlich gesagt. Also das ist eine relative Stärke, die nochmal nicht unterschätzt werden sollte. Sollten wir einen kurzen Pull-In zu sehen bekommen, der dann auch ein bisschen Abwärtsdynamik nach sich zieht, dann wäre denkbar, dass wir nochmal diese Region um 4.480 eben hier anlaufen, also diese Ausbruchregion. Wenn wir die allerdings halten können, dann ist das ein potenzieller Bereich, gegen den man sich legitim Long positionieren kann, in Erwartung, dass es dann früher oder später eben zu der Attacke auf die Allzeithochs hier kommt, um 4.450, 4.550, 4.560, also den Bereich hier um die Septemberhochs. Nochmal, mein derzeit eher favorisiertes Szenario scheint allerdings zu sein, dass wir hier oberhalb von 4.500 Punkten konsolidieren. Also ehrlich gesagt, ich würde mir den Flush wünschen, weil er mehr Volatilität begünstigt, kurzfristig einfach, und weil wir einfach dann auch eine relativ gute Chance haben, aufzusetzen und relativ schnell auch wieder einen Bounce nach oben zu sehen zu bekommen. Aber wenn ich ehrlich sein muss oder soll, würde ich eher sagen, dass wir wahrscheinlich hier auf hohem Niveau konsolidieren. Und ja, wir haben ein klares Level, also rund erstmal die 4.500er Mark beziehungsweise 4.480. Erst ein Fall unter und Tagesschluss unterhalb von 4.480 würde das Bild kurzfristig wieder ein bisschen eintrüben, würde in dem Moment dann wahrscheinlich machen, dass wir vielleicht auch nochmal eine tiefere Korrektur sehen, vielleicht nochmal ein bisschen Gefilde von 4.4 laufen. Allerdings, wie gesagt, derzeit sieht es eher danach aus, also wenn wir auch trotz erwartet, starker Earnings, diverser Unternehmen, die dann auch nächste Woche nochmal eine Beschleunigung sehen, dass wir uns dennoch eben verhältnismäßig hohen Gefilden eben hier stabilisieren können. Natürlich bleibt abzuwarten, ob es gelingt, dieses bullische Szenario, auch wenn ich es favorisiere, auf den Weg zu bringen. Sollten wir nämlich hier überrollen, jetzt knapp unterhalb der Hochs, dann haben wir natürlich einen ziemlich brisanten Modus, denn dann fangen wir an, eine Sequenz fallender Hochs auszubilden. Das ist noch kein Beinbruch, solange wir uns oberhalb hier dieser Tiefs um 4.280, 4.300 Punkte stabilisieren können und somit auch folglich dann, davon ist auszugehen, oberhalb der 200-Tage-Linie. Das könnte aber brisant werden, wenn wir dann da drunter rutschen würden. Also derzeit sieht es nicht danach aus, aber das ist auch ein Szenario, was man im Hinterkopf behalten sollte. Das würde auch nicht zwangsläufig bedeuten, dass beispielsweise die Wachstumsaussichten für Growth-Titel an der Stelle sich deutlich eintrüben. Ich glaube, dass man weiterhin beispielsweise in der Tesla ausgehend von diesen Zahlen und auch ausgehend von dem Wachstumsausblick weiterhin hier einen relativ starken Titel vorfindet, der dann eben in Relation zu einer bärischen Performance des übergeordneten Marktes eher positiv performt. Das würde aber nicht beinhalten, dass wir nicht auch eine tiefere Korrektur vielleicht hier auf den Weg bringen. Wobei ich allerdings sagen muss, dass die Wahrscheinlichkeit für solche eine tiefere Korrektur eher gering scheint, ehrlich gesagt. Eher gering scheint, also tiefere Korrektur, wie gesagt, das wäre mein in Einführungsstrichen Traumszenario. Das wäre eben hier dieser Pull-in-Mode, der uns in Richtung nochmal dieser übergeordneten Trendlinie führt. 7,80, 7,70, 7,80 ungefähr. Ich will das hier nochmal ganz gut anpassen. So. Vielleicht ist uns der Trader gott wohlgesonnen und wir sehen nochmal einen tieferen Schub, aber derzeit stellt sich der Modus einfach nicht derart dar, dass wir davon ausgehen sollten, dass es zu diesem Übertreibungsszenario kommt. Warten wir an diesem Zusammenhang heute mal ab, ob hier es während der Markteröffnung zu einem Drop dann unter die 8,50 beziehungsweise im Erhalten unterhalb kommt. Das ist wichtig an der Stelle zu sagen, das ist der gestrige Kursverlauf, das ist gestern der Bereich um die Tiefskill, die sind 15,30. Wir konnten dann, oder wir sind mit solider, seitwärts gerichteter Performance in die Earnings gegangen und dann wurden die Earnings veröffentlicht und ich gehe mal ganz kurz hier drauf, also das ist Pinterest, Paper gucken wir auch gleich, aber wir schauen mal ganz kurz auf den nachbörslichen Handel. Wir sind jetzt schon wieder bei 8,60. Also Inflection dürfte die 8,50 ungefähr sein. Im Falle von von Tesla hier. Also da kann man sehen, das war eine insgesamt sehr, sehr starke Vorstellung auf die Earnings insgesamt. Ganz kurz übrigens hier, also was ist veröffentlicht worden? Q3 Earnings, Adjusted EPS, 1,86 gegen 1,67 erwartet, also Gewinn pro Aktie. Erwartungshaltung übertroffen, wirklich outstanding und dann wäre es auch auf neue Alt-Setungsgleich gestern gegangen nach den Earnings, wenn wir über 2 Dollar hier veröffentlicht worden wären. Allerdings sind jetzt knapp drunter veröffentlicht worden. Das ist immer noch mega stark. Also das heißt also, das ist solide vor dem Hintergrund dessen, was bereits eingepreist war. Es ist etwas objektiver betrachtet, ohne den Kursverlauf jetzt eben tatsächlich zu berücksichtigen, mega stark. Wir haben einen Umsatz, der leicht unter der Erwartung geblieben ist. Und wir sehen allerdings immer noch ein Annual Growth, also ein Jahreswachstum von ausgelieferten Fahrzeugen von 50%. Die Wahrscheinlichkeit, dass das auch erreicht werden, wahrscheinlich vielleicht sogar übertroffen werden kann, die steigt natürlich jetzt exorbitant, dadurch, dass die Gigafactories sowohl in Austin, Texas als auch in Berlin eben live gegangen sind. Das heißt also, etwas anders formuliert, da besteht durchaus die Möglichkeit, wenn es hier zu einer Vollauslastung eben kommt, dass diese Ziele erfüllt und eventuell sogar dann übererfüllt werden. Durchaus etwas, was wie gesagt, unterm Strich eine ganz klare Wachstumsstory beinhaltet und die Wahrscheinlichkeit dramatisch erhöht, dass wir eben hier im Hinblick auf Tesla eine früher oder später erreichte Marktkapitalisierung von einer Billion US-Dollar eben zu sehen bekommen. Ich will das mal ganz kurz hier zeigen, damit wir das einordnen können. Tesla, TSR. Aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 830 Milliarden. Roundabout. Also ausgehend vom Schlusskurs von gestern, der bei 8,65 lag, also ein bisschen unterhalb, wie gesagt, wir sind jetzt leicht unterhalb der 8,60er Marke, also roundabout 830 Milliarden ungefähr. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass da früher oder später eben diese Marktkapitalisierung von einer Milliarde erreicht wird, dann sind wir nochmal bei 170 Milliarden Marktkapitalisierung obendrauf. Das ist nochmal ein Ausblick dann im Hinblick auf die Aktienkursentwicklung von 20 Prozent auf die aktuellen Kursniveaus, was dann auch zeigt, da kommen wir dann in Gefilde um roundabout 1.000 Dollar pro Aktie. Und hier kommen wir nochmal zurück auf den Chart. Also für heute, für den heutigen Tag beziehungsweise vor dem Hintergrund, dass wir schon so sehr stark mit dieser Erwartungshaltung in die Earnings gelaufen sind, ist die Wahrscheinlichkeit weiterhin verhältnismäßig hoch, dass es eben ein By the Rumors Sell the News Events gibt. Also die Zahlen als solche sehr stark, aber nichtsdestotrotz kann man erkennen, nach einem kurzen Spike hier sehen wir dann eben entsprechend in Anführungsstrichen Flushout auf der Unterseite und handeln leicht oberhalb von 8,50 dann in der Nachbörse und das ist für heute dann eben entsprechend the place to be oder die Schlüssel-Inflation an der Stelle. Sollten wir unter dieses Niveau droppen, könnte es durchaus eine tiefere Korrekturbewegung geben, die uns dann in Richtung ja zunächst einmal vielleicht in jetzt muss man auch mal schauen in Richtung der Ausbruchregion fast um 800 vielleicht führen könnte. Das setzt allerdings voraus, dass auch der übergeordnete Markt eben tatsächlich dann einknickt und dass wir infolgedessen bärisches Momentum dann hier auf den Weg bringen. Ich muss mal ganz kurz hier vielleicht zweckentfremden die Linie. Wenn wir uns das hier im kurzfristigen Bereich uns anschauen, können wir erkennen, bei solch einem Szenario, wo wir unter die 8,50 rutschen, hätten wir intraday eventuell erstmal Raum bis in den Bereich um 8,30. Das bliebe dann abzuwarten, ob wir diesen Bruch eben zu sehen bekommen. Sollte er stattfinden, sollte auch der übergeordnete Markt, ich hatte gerade allerdings schon dem eigentlich eine Absage erteilt, also meine Erwartungshaltung ist eher, dass wir uns stabil weiter präsentieren, aber sollte ich mich irren und sollte eben die übergeordnete Korrektur auf den Weg gebracht werden, sollten wir dann nicht nur die 8,50, sondern auch die 8,30 in Tesla brechen, dann wäre denkbar, dass wir eben diese tiefere Korrektur bis in Gefilde eben der 800er Region auf den Weg bringen. Wie gesagt, ich bin mal gespannt, ob das überhaupt auf den Weg gebracht wird. Es wäre, man sagt im Englischen Sprachen ein Bargain, also vielleicht sogar, das wäre fast schon ein Geschenk seitens des Marktes, wenn wir wirklich hier eine Übertreibung auf der Unterseite zu sehen bekommen würden. Die jüngste Performance lässt allerdings hier nicht wirklich diesen Schluss zu. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir im Bereich vielleicht um die 7,70, 7,80, sofern solch ein Drop überhaupt stattfindet, schon bereits wieder aufdrehen, ist verhältnismäßig hoch. Also das sollte man durchaus auf dem Schirm haben. Ich habe gestern, das war vielleicht ganz interessant, vielleicht gibt es da jemanden, der ein bisschen mehr weiß, vielleicht sind das auch übergeordnet unfassbare Optimisten, also zumindest für die Bear Side. Es gibt nächste Woche auslaufende Put-Optionen mit einem Strike von 750. Ich will mal ganz kurz gucken. Ich habe das gar nicht gedoublethackt, ehrlich gesagt. Nasdaq, Option Chain, Option Chain und dann Tesla. Mal kurz einen Blick drauf werfen. Was eben zeigt, die werden nochmal über einem Dollar oder gestern jedenfalls, also ich habe jetzt ordentlich mal den Zeitstempel, vielleicht hat sich das dann gestern da verändert. Ich gucke mal ganz kurz, morgen 29. Moment, Oktober. Ich brauche Putz an der Stelle. Ja, magst du nicht. Also Putz. Das brauchen wir nicht. All Types Weekly, also wöchentlich auslaufend. Und dann möchte ich Out of the Money haben. Oktober, da müssen wir mal gucken, 29. Oktober. Das ist wahrscheinlich nächste Woche, ne? Also das ist die übernächste, 22. Oktober, das ist morgen. Ja, kommt hin, kommt hin. Hier, morgen auslaufend sogar. Morgen. Also, nur, dass wir uns an der Stelle verstehen. Also, das sind, das sind jetzt die Putz, also das heißt, die, die auch fallende Kurse setzen. Und, vielleicht, ich zeichne das nochmal ganz kurz ein, damit man meinen Gedanken folgt. Ich muss ein bisschen auffassen, nicht, dass ich jetzt zu sehr springe. Also, in meinem Kopf macht das alles Sinn, aber manchmal, manchmal, realisiere ich dabei gar nicht, dass da vielleicht ein bisschen mehr Information nötig ist. Also, wenn ich ein Putz habe, dann habe ich ein Auszahlungsprofil, wo ich mich gegen fallende Kurse im übertragenen Sinne absichere. Und, in dem Zusammenhang ist der sogenannte Basispreis ganz, ganz wesentlich. Der Basispreis ist jeder, jener Preis, zu dem meine Versicherung im übertragenen Sinne einen Wert hat. Also, das ist der sogenannte Strike. Und ich schreibe auch gleich, dahinter. Der Strike soll 750 Dollar sein. Das bedeutet, der Versicherungsfall für eine Position Tesla Long, wo ich jetzt ein Putz gekauft habe, um mich gegen einen Kursverfall abzusichern. Oder eine Spekulation, auch rein spekulativ an der Stelle, dass ich davon ausgehe, dass wir zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft unterhalb von einem bestimmten Kursniveau handeln und ich so dann das Recht habe, die Aktie zu einem vorher festgelegten Preis verkaufen zu können, der höher liegt. Da spielt der Strike eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Dieser Versicherungsfall tritt aber erst unterhalb von 750 Dollar ein. Und jetzt müssen wir an der Stelle verstehen, wir werden, also das ist der Verfallsdat, EXP Date, das ist der Expiration Date. Und was wir jetzt in der Konstellation hier vorfinden, ist eben, das ist der letzte Print, da gibt es jetzt noch kein Bitask, also Geldbriefkurs gibt es noch nicht, weil das eben noch nicht gepriced wird, aber wir können sehen, dass gestern hier, das ist dann der Strike-Preis, dass diese Puts bei einem Dollar zwei gehandelt worden sind. Das bezieht sich immer auf 100 Aktien, also 100 Tesla an der Stelle, Aktien. Das heißt also, etwas anders formuliert, wenn ich hier einen Dollar zwei habe, dann zahle ich für solch einen Put, für einen Kontrakt, bezahle ich 102 Dollar. Die verfallen morgen. Also das heißt, die haben noch einen Tag, um ins Ziel zu laufen, andernfalls sind die 100 Dollar im Grunde genommen verschenkt. Also ich formuliere es mal etwas anders. Mal gucken, wo wir heute reinkommen. Also das ist jetzt gestern der letzte Print gewesen, den wir jetzt hier haben. Ich vermute mal 22 Uhr, da wird dann hier für die Privatanleger, die kostenlose Dienste hier von der Nasdaq Optin Chain dann in Anspruch nehmen. Der ist bei 102 gewesen, deswegen wissen wir nicht, ob da nicht eventuell heute ein deutlicher Pricing darunter stattfindet. Aber wenn du gestern zum Schlusskurs oder beziehungsweise knapp davor eben gesagt hast, ich verkaufe jetzt hier diese Puts, also das heißt, ich verkaufe dir gerne diese Versicherung, da gab es wirklich Marktteilnehmer, die haben dafür pro Kontrakt 100 Dollar bezahlt und diese Optionsprinzip vereinnahmst du. Wir können das Ganze auch nochmal eine Woche weiterspielen, also für den 29. dann, beziehungsweise nächste Woche Freitag. Da wollen wir mal ganz kurz gucken. 3,90 Dollar, 3,90 Dollar, das ist wirklich, also ich sollte vorsichtig sein, also wir müssen da aufpassen, dass ich jetzt nicht irgendwie sage, hier ist geschenktes Geld, aber das ist schon, ich weiß nicht, wie skeptisch man für den Kursverlauf sein muss oder was man dort sieht, welche Szenarien man skizziert, dass man davon ausgeht, dass Tesla, ausgehend von den aktuellen Kursniveaus, über 100 Dollar in einer Woche niedriger notiert. Also nochmal, also wir müssen mal in dem Zusammenhang schauen, ob das, ob das, wie gesagt, der letzte Print ist und eventuell ist das jetzt deutlich nach unten dann entsprechend gepreist worden für den heutigen Tag, aber das ist durchaus eine unglaublich interessante Beobachtung, weil die einfach zeigt, wie viel Skepsis auch grundsätzlich, also das kann man auch übergeordnet eben spielen, wie viel Skepsis hier einfach in Bezug auf Tesla und den Kursverlauf einfach im Markt offensichtlich eingepreist ist. Also das heißt, es gibt immer noch, vielleicht auch gerechtfertigt, weil der eine oder andere sagt, ich glaube nicht an diese Growth Story und dergleichen, da gibt es ja durchaus Möglichkeiten, das hier skeptisch zu beäugen, das steht da vollkommen außer Frage, aber nichtsdestotrotz ist das schon ein, ja das ist so ein bisschen so ein Reiter der Apokalypse Move gefühlt irgendwie. Also ich käme nicht auf die Idee, hier einen Put zu kaufen auf Tesla, vor dem Hintergrund, also natürlich gehe ich dabei davon aus, dass es ruhig bleibt, alles in allem, aber das sind schon Niveaus, das ist extrem hoch gepreist, ehrlich gesagt, mit 3,90 Dollar, letzter Print gestern für einen 750er Put, eben der nächste Woche Freitag verfällt. Also das ist enorm und morgen nochmal, also morgen, das sind ja keine 24 Stunden mehr, beziehungsweise ein bisschen mehr vielleicht, aber nichtsdestotrotz, also wir sehen an der Stelle, ich kriege trotzdem immer noch, auf den letzten Print gestern jedenfalls, kriege ich über 1 Dollar für solch einen Put und genau diese Skepsis ist es eventuell dann auch, die dann vielleicht dann auch genau diesen Schub auf der Oberseite nach sich zieht und diese Skepsis begünstigt, also Short-Squeeze-Momente dann vielleicht nochmal begünstigt, die uns dann eventuell relativ zügig, dynamisch über die Tausender-Marke eben tiefen, wobei natürlich Berücksichtigung finden sollte, da kommen wir nochmal ganz kurz hier zurück, in Bezug auf Tesla, dass der Short-Flow mittlerweile natürlich sehr, sehr gering ist, also nur noch bei 3,64%, also verschwindend gering, da war immer ein Vielfaches höher, da haben wir dann gesehen, dass das auch potenziell mit einer der Treiber war für diese Aufwärtsbewegung, aber es ist erstaunlich, also lange Rede kurz zu sehen, es ist wirklich erstaunlich, was da immer noch für gepreist wird oder was dafür bezahlt wird, hier an dieser Stelle, um eben solch einen Drop abzusichern, also ich würde sagen, das wäre ein Bargain, ich würde das jetzt nicht unbedingt handeln wollen, an der Stelle, also das heißt einen Put kaufen, ich würde den eher verkaufen, also wer die Werte eingeht, die halte ich gerne und ich würde auch in den Bereichen dann, sofern diese Werte aufgeht, wäre ich gerne bereit, dann zu sagen, kannst du gerne haben zu dem Preis, ich würde an der Stelle, die die Titel auf jeden Fall abnehmen, also ich würde die zu diesem Kurs, würde ich die kaufen in Erwartung einfach, dass wir auf der Oberseite eine entsprechende bullische Performance sehen, also das ist nochmal lange Rede, kurzer Sinn in Bezug jetzt auf die Tesla Earnings, wie gesagt, Inflection ist heute die 8,50%, sollten wir uns unterhalb halten, ist 8,30% denkbar, vielleicht 8,15%, deutlicher Drop unter die 800%, scheint mir sehr optimistisch, als Bär ehrlich gesagt, wenn es dann diesen Flush gibt, sollte man 77, 87 auf dem Schirm haben, das ist vielleicht längerfristig, mittelfristig eine interessante Region, wo man eben Tesla nochmal aufladen könnte, in Erwartung dann auch in der Jahresendrallye, beziehungsweise eines Breaks, über 1000 Dollar, mit dann entsprechenden neuen Allzeitungs, die dann entsprechend uns ins Haus stehen könnten. So, das also ganz kurz zu Tesla, jetzt werfen wir einen kurzen Blick auf diese News gestern von Pinterest, Pinterest hat gestern hier einen relativ scharfen Schub auf der Oberseite gesehen, schaut mal ganz kurz, ob eine Frage aufgekommen ist in der Zwischenzeit, einen Moment, einen Moment, okay, also habe ich das hier mal vorbereitet, und zwar Paypal in 45 Dollar Billion Bit for Pinterest, das bedeutet also, also Sources heißt, es ist ein Gerücht, das ist eine News, die ist gestern über den Ticker gelaufen, um, oder nach plötzlich tatsächlich sogar, sehe ich hier, 11,51, ich hatte ehrlich gesagt schon ein bisschen früher was dazu gelesen gehabt, bin jetzt ein bisschen überrascht, aber vielleicht hat das mit Reuters okay, warum auch immer, also Fakt ist, dass es dann eben diese Gerüchte jetzt gibt, die Paypal eben an dieser Stelle in Verbindung bringen, mit Pinterest und einer Akquisition, man kann es dann hier in einem zweiten Absatz lesen, das ist ganz interessant, um mal die Parallelen zu ziehen, biggest acquisition of a social media company, also die größte Akquisition einer Firma, die im Bereich soziale Medien unterwegs ist, nachdem Microsoft in 2016 LinkedIn für 26,2 Milliarden gekauft hat. Und jetzt ganz kurz vielleicht zu Pinterest, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das überhaupt nötigerweise sagen müssen, wofür die sind, also Pinterest ist eine Firma, Pinterest, kannst du dir eine App runterladen, ich mache mal ganz kurz hier auf, kannst du dir eine App runterladen, übertragen, dann kannst du dir Bilder angucken. Jetzt denken wir sich natürlich, hä, es ist tatsächlich so, das kann auch tatsächlich ziemlich süchtig machen, also ich spreche da nicht unbedingt aus Erfahrung, aber meine Frau, die guckt sich teilweise stundenlang irgendwelche Bilder, irgendwelche Screenshots an, irgendwelche Bilder von Torten oder irgendwelche Bilder von irgendwelchen Kleidungsstilen oder was auch immer und bereitet das eben tatsächlich dann entsprechend auf. Pinterest ist ein Unternehmen dann auch, du kriegst tatsächlich dann per E-Mail Notification, also ich habe die App auch, deswegen weiß ich das, du kriegst dann per E-Mail Notification, kriegst du Vorschläge, was für dich interessant sein könnte, ausgehend von deinem vorherigen Suchverhalten. Das erinnert sehr, sehr stark an die Ads, die beispielsweise über Google gesetzt werden und dergleichen, ist im Bereich Machine Learning oder künstliche Intelligenz ein unglaublich starkes Unternehmen an der Stelle, weil die einfach mal ausgehend von deinem Suchverhalten natürlich entsprechende Algorithmen laufen haben, die genau dieses Verhalten deinerseits sehr, sehr akkurat analysieren können. Und was jetzt in dem Zusammenhang eben interessant ist, ist natürlich, und da stellt sich die Frage, wie verdient die denn überhaupt Geld? Also wenn wir uns das mal hier anschauen, ganz kurz, ich gehe mal hier auf Pins, Bilder angucken, kann man sich jetzt nur schwer vorstellen, dass damit Geld verdient wird. Die haben tatsächlich ein Einkommen, mittlerweile sind die profitabel, von 161 Millionen, Tendenz steigen. Also die haben einen Wachstumsausblick von über 40 Prozent tatsächlich. Und die Idee, die dahinter steckt, ist, dass du dann auf deine Interessen, in Anführungsstrichen, draufklicken kannst und du wirst dann weitergeroutet zu einer Seite, die dann entsprechend eben diese Produkte verkauft. Also das heißt, du kannst dann auch entsprechend Werbung natürlich dort schalten und darüber finanzieren die sich. Und jetzt ist natürlich dann offenbar auch an der Stelle, wo dann die Macht herkommt. Ich habe das jetzt gerade eben meiner Frau gesagt, im Hinblick auf das Morning-Meeting beim Frühstück, habe ich ihr gesagt, Pinterest wird eventuell von Paypal gekauft. Also nicht schlecht. Vor dem Hintergrund nämlich, dass du dann auf die Werbung klickst und dann sofort einen entsprechenden Zahlungsdienstleister angebunden hast, wo dann entsprechend die Möglichkeit besteht, natürlich die Produkte zu kaufen. Und also, lange Rede, kurzer Sinn, es hat dazu beigetragen, und man kann es hier schon sehen, also das war gestern nachbörslich, eben, dass diese News hier bei Reuters über den Ticker gelaufen ist. Aber wir haben das schon gestern im Kursverlauf gesehen. Also diese Spekulation, die hielt sich schon mit geraume Zeit. Wir haben die 55 hier sehr, sehr deutlich halten können und dann eine deutliche Beschleunigung auf der Oberseite gesehen. Die Aktie ist hier über 65 Dollar gelaufen, hat sehr, sehr stark geschlossen. Und durch diese News, also durch diese News und auch diesen starken Tagesschluss ist Pinterest ein potenzieller Kandidat für ein sogenanntes Second Play. Also, das bedeutet etwas anders formuliert. Wenn wir uns hier jetzt zum Beispiel anschauen, die ATR, kann man gar nicht so gut sehen. Moment, also hier unten, da sieht man, die ATR in der Aktie liegt bei 2,80 Dollar. Hier kann man sehen, gestern Eröffnung um 56,56,18 war es hier. Dann entsprechend der Run auf über 65 Dollar. Also das heißt, die Aktie ist über 10 Prozent gelaufen, 65 gehandelt worden, also mehr als eine ATR und hat dann eben knapp dieser Hochseer offensichtlich schließen können. Also im Bereich rund. Ich habe es jetzt nicht genau ausgerechnet, aber um 25 Prozent und ist daraus ausgehend hiervon eben ein potenzieller Kandidat für ein entsprechendes... Mal kurz gucken. Achso, jetzt sehe ich gerade. Ja, einen Moment. Lass uns mal ganz kurz hier switchen. Ist mich die Kurshistorie wieder verschluckt. Deswegen kann man das hier nicht sehen. Im Realmodus kann man das sehr, sehr wohl erkennen. War es gerade schon ein bisschen irritiert, ehrlich gesagt. So, jetzt wollte ich die Aktie noch mal ganz kurz rauf. Pins. So. Hoppala. Jetzt habe ich mich verklebt. Nicht gut. Pins. Das sieht schon ein bisschen besser aus. Sehr viel besser. Also, hier kann man es erkennen. 20. Gestern, wie gesagt. Das war 17.30 Uhr. Genau. Gegen 5 ungefähr. Da kam eben diese potenzielle News rein von 55. Und dann haben wir entsprechend diesen Schub hier auf der Oberseite gesehen. Sehr, sehr starker Schluss. Und nochmal, dieser Breakout, jetzt auch nach dieser potenziellen Konsolidierung hier, Stabilisierung gegen die 50er Marke, sehr, sehr starker Anstieg, den wir jetzt hier zu sehen bekommen. Also, diese aktuelle Entwicklung, die wir hier zu sehen bekommen und auch dieser Bruch, dieser Abwärtsstruktur, beziehungsweise das ist ein potenzielles Ziel erstmal. Hier, das ist so die Region, diese Trendlinie, die kann man durchaus erwarten, dass die angelaufen wird. Also, wir sind potenziell nach oben noch nicht fertig. 68, 70 ist da durchaus noch im Rahmen erreichbar. Wenn man hier diese Hochs miteinander verbindet, das ist aus dem Juli und das ist vielleicht später Juli ungefähr, kann man hier erkennen, dass sich da auch ein potenzieller Bruch dieser Abwärtssequenz eben tatsächlich abzeichnet. Also, da ist durchaus noch Luft auf der Oberseite. Und wir können mal ganz kurz den Blick werfen, wie wir in der Vorbörse jetzt gerade stehen. Das ist natürlich sehr, sehr dünn, aber nichtsdestotrotz, wo da die Öffnung ist, na 62 ungefähr. Das ist jetzt dahingehend ganz interessant, weil wir jetzt natürlich hier eine Information bekommen, wo wir roundabout, potenziell Support erkennen können. Das ist so die Region 61 bis 61,50. Wenn wir die halten können, diesen Bereich halten können, dann ist das potenziell, also wenn da Käufer gegen dieses Level in den Markt kommen, dann ist das potenziell ein Bereich, gegen den man sich attraktiv long positionieren kann. Mit der Erwartung, dass es eben nochmal einen Drive in Richtung der 63 bzw. darüber 64 und dann der 66er Region zunächst einmal gibt. Also, das bedeutet etwas anders, wo wir jetzt die Chance-Risiko-Verhältnis technisch, ist diese Region hier um 61 in Pinterest durchaus von Interesse. Also, gegen die scheint mir das durchaus legitim, sich long zu positionieren. Ich bin sehr gespannt, wie sich das auch vorbörslich das Volumen darstellt und dergleichen. Wenn wir mal hier kurz einen Blick drauf werfen, gestern haben wir, und da sieht man, das ist eine heiße News. Im Schnitt werden 11,39 Millionen gehandelt. Gestern sind über 110 Millionen Stücke gehandelt worden. Mehr als das Zehnfache des durchschnittlichen Volumens, also ein relatives Volumen ist massiv nach oben geschnellt. Und also, Fakt ist auf jeden Fall, diese Acquisition aktuell zum Schlusskurs kann man es erkennen. Wir haben hier, 62 ist der Schlusskurs roundabout, 62,88. Kapitalisierung zu diesem Zeitpunkt, zum Schlusskurs, liegt bei etwas über 40 Milliarden. Natürlich wirst du das nur als grobe Richtlinie natürlich sehen, dass das hier den Preis widerspiegelt. Aber nichtsdestotrotz, eventuell sind diese 45 Milliarden noch ausreichend, um weiteres Interesse in den Markt zu holen und dann eben entsprechend diesen Drive in Richtung der 70er-Gefilde auf den Weg zu bringen. Könnte also Chancenrisikoverhältnis technisch ein sehr, sehr attraktiver Kandidat sein durch diese News eben, dass sich diese Akquisitionen abzeichnet, sollte man meiner Einschätzung nach auf dem Schirm haben und die 61er-Region durchaus mal näher beleuchten, näher betrachten. Das also zu Pinterest. Zuerst, ich will ganz kurz hier, jetzt natürlich nicht ganz kurz, sondern jetzt final endlich auf Bitcoin zu sprechen kommen. Guck mal ganz kurz, da haben wir Fragen, da sind bis dahin noch keine aufgekommen. Ich habe heute früh mal hier Zwecksillustrationen, habe ich einen kleinen Longtrade in Bitcoin auf den Weg gebracht, um einfach eine Idee zu geben, wie man sowas handeln könnte. Oder beziehungsweise warum man das in dem Zusammenhang eben hier handeln könnte. So. Also gestern final, ich nehme mal ganz kurz die Linie raus, können wir gleich irgendwie reinzeichnen. Also gestern final eben entsprechend der Bruch auf neue Allzeithochs. Da war er dann. Was sehr interessant war mit Sicherheit, ich ziehe das mal ganz kurz zusammen, war die Konstellation hier. Diese enge Konsolidierung knapp unterhalb der Allzeithochs. Also man, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so auffällt, aber hier ist die Region um die vorherigen Allzeithochs aus dem April. Und wir haben knapp unterhalb eben diese enge Konsolidierung gesehen. Das war, aus trading-technischer Perspektive war das wirklich auch ein Gift. Also das war fast schon ein Geschenk, möchte man sagen. Weil wir durchaus durch das erhöhte Interesse, was von der Seitenlinie eben hier in Bitcoin auch reinkommt. Die News, die über den Ticker gelaufen sind im Hinblick auf zum Beispiel ein Bitcoin-ETF, der durch die SEC approved wird und so weiter. Da kam einfach ein unglaubliches Interesse eben tatsächlich in den Markt, wo wir infolge dieser engen Konsolidierung sehen können. Sobald der Break auf neue Allzeithochs erfolgt, ist ein unglaublich starker, dynamischer Run denkbar. Und mit einem Stop unterhalb dieser Konsolidierungszone kriegst du ein unglaublich attraktives CRV. So war es dann auch tatsächlich. Wir haben dann gegen eben die zuerst Eröffnung ungefähr diesen Push auf neue Allzeithochs gesehen. Und dann kam gestern eben dieses Gespräch auf mit einigen Kunden. Und die kamen dann und fragten, naja, wie kann man denn jetzt, wenn man sich positionieren wollte, wie kann man denn dann hier sich jetzt noch positionieren? Und ich sagte dann in der Konstellation, ich würde jetzt einen Retest, sofern wir ihn überhaupt zu sehen bekommen, aber wir haben ihn zu sehen bekommen, ich würde diesen Retest abwarten wollen. Das ist ungefähr die 64.000er-Region, Pi mal Daumen. Und wir sehen hier gestern, also heute Nacht war es dann, haben wir diesen kurzen Stint in diesem Bereich zu sehen bekommen. Und heute früh nochmal zur europäischen Markteröffnung ein Retest dieser Tiefs, die gehalten hat werden können. Und das ist deswegen brisant, weil es eben die Region um 64.000 ist, das heißt also knapp auch im Bereich um diese Konsolidierungshoch und um die ehemaligen Allzeithochs. Und dann habe ich gesagt, jetzt gibt es die Möglichkeit, entweder aggressiv gleich gegen diesen Bereich zu traden, also die 64 mit einem knappen Stopp dann unterhalb der Konsolidierung von gestern, dann haben wir ein erstes Level gegen das wir riskieren können. Alternativ besteht hier die Möglichkeit, dass wir den Break über diese dann sich herauskristallisierte Abwärtsstruktur zu sehen bekommen. Und dann würde ich das als Bodenbildungssignal sehen. Das wäre ein bisschen konservativer, aber ich würde dann in dieser Konstellation einfach sagen, ich würde hier im Bereich dann, je nachdem wo dieser Breakout über diese Trendlinie erfolgt, einen Long auf den Weg bringen mit einem Stopp unterhalb dann der sich ausgebildeten Tiefs. Und das ist genau das, was ich jetzt hier an der Stelle eben abgebildet habe. Also das heißt, das, was wir jetzt hier sehen, ist im Grunde genommen genau dieses Szenario, einfach dass ich es mal illustrationstechnisch hier darlegen kann, wie sowas dann aussieht. Das heißt, wir sehen den Bruch, wir positionieren uns hier in diesem Bereich Long, Stopp unterhalb der Tiefs. Und jetzt sind wir einfach auf der Races. Also das Ziel des Trades, man kann es dann hier sehen, ich habe den Take Profit da oben hingelegt, der liegt tatsächlich auf über 70.000. 72.000 habe ich ihn, glaube ich, hingelegt. Das wäre so ein erstes Ziel, wobei das einfach nur jetzt rein illustrationstechnisch ist. Wahrscheinlich würde ich sogar überlegen, nur Teilgewinn mit Namen auf den Weg zu bringen, weil wir nicht abschätzen können, wie weit uns hier in Anführungsstrichen die Füße tragen. Also das heißt, wir sind in einer sehr, sehr komfortablen Situation jetzt, in einem unglaublich heißen Markt, nach einer Stabilisierung gegen die Breakout-Region 64, Bruch der kurzfristig herausgebildeten Korrektur, tatsächlich uns jetzt hier Long positioniert zu haben, in einem sehr, sehr interessanten Bereich. Wir haben zwischenzeitlich jetzt schon mehr als ein R verdient, also man kann es hier an der Bewegung sehen, wir handeln jetzt schon wieder bei 66.500, wenn der Entry hier bei 65 lag, dann haben wir einen Stopp im Bereich, eben hier um die 64 roundabout, das ist ein 1.000 Dollar Risk, jetzt anderthalb vorne, also anderthalb eher, können legitim den Stopp wahrscheinlich sogar schon auf Break-Even nachziehen. Ja, und dann die Frage natürlich, wie gesagt, wie weit können uns die Füße hier eben tatsächlich tragen, also ich zweckentfremde jetzt mal diese Trendlinie hier, erstmal ist es so, die Aufwärtssequenz ist weiterhin gegeben, solange eben tatsächlich diese Trendlinie hier, ich will das mal ganz kurz vielleicht farblich anders abstimmen, kann man das ein bisschen besser unterscheiden, also diese orangefarbene Trendlinie, solange die gehalten wird, gibt es keinen Grund davon auszugehen, dass sich dieser kurzfristig klar auszumachende bullische Modus in irgendeiner Form auflöst. Tatsächlich ist es so, dass ich an dieser Konstellation sagen würde, rein psychologisch, die 70.000er Marke scheint mir sehr, sehr schnell, zügig erreichbar und vielleicht sogar auch hier, denn das, was wir jetzt hier zu sehen bekommen haben, diese Konstellation, also dieses Halten der Ausbruchregion und dergleichen, das ist auch aus der rein technischen Perspektive ein unfassbar starkes Signal. Also neben dem Umstand, dass die Aktie, dass Bitcoin gerade sowieso unglaublich heiß ist, ist es eben zudem auch so, dass das aus rein technischen Gesichtspunkten hier einfach ein unglaublich sauberes Signal ist an dieser Stelle, dass da stärke Nachfrage gegeben ist, dass wir gegen diese Ausbruchregion uns long positionieren wollen oder dass Marktteilnehmer bereit sind, hier zu zahlen zu den Niveaus und dann ist entsprechend diese Aufwärtsbewegung ein ganz klares Signal, dass wir wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit bis über 67 geht und dann eben in tausender Schritten wahrscheinlich hier neue Niveaus gelaufen werden und wie gesagt, die 70.000 ist dann wahrscheinlich nur ein Zwischensziel, dass wir dann auch deutlich tief über die 70.000 am Markt eben laufen können. Aber Grundvoraussetzung ist natürlich, das hört sich jetzt so an, naja, dann chase ich in Anführungsstrichen, dann springe ich jetzt einfach hinterher, die Basis für diesen Trade war, dass ich ein ganz klares Szenario habe und ein ganz klares Level gegen das ich auch riskiere. Das ist kein Selbstläufer, dass ich einfach sage, naja, es ist heiß, es ist aktuell sauber, es ist stark, also bin ich einfach long, sondern ich möchte an der Stelle ein ganz klares Szenario sehen, das mir die Möglichkeit gibt, kalkuliert mein Risiko einzugehen und dann eben entsprechend dieses Szenario als Hypothese eben zu nutzen, um dann einen Trade zu fahren. Ja, nunmehr, nunmehr das also im Hinblick hier auf Bitcoin. Hier kannst du kurz mal einen Blick werfen, Chatbox, das ist fein. Auch ein Trade, auch ein Trade, der sich, wie gesagt, ja sehr, sehr günstig entwickelt, ist jener hier in Silber. Da hatten wir letzte Woche Freitag die 23-20er-Region, diesen Retest zum Thema gemacht. Die 23 konnte dann gehalten werden. Ausbruch auf neue Hochs, Bruch dieser Abwärtstrend-Linie, die sich hier ganz klar erstreckt. Also das ist ein deutlich positives Signal. Und gestern sagte ich im Morning Meeting, was ich jetzt sehen möchte, ist, dass diese Ausbruchregion hier um 23,50 gehalten werden kann. Das ist ein Signal, dass wir weiter stark sind beziehungsweise das ist ein ganz klares Signal dahingehend, dass dann weitere Aufschläge zu erwarten sind. So kam es auch tatsächlich. Also das heißt, wir haben dann gestern früh kurz diesen Bereich angelaufen und wir konnten diese Region verteidigen und wir sind aufhöhere Hochs ausgebrochen, haben also nicht tiefere Hochs gebildet. Das hatte ich ja gestern auch skizziert gehabt. Das hat jetzt dazu geführt, dass ich eben meinen Stopp aus der Position in diesem Bereich um 23,50 getrailt habe. Also knapp drunter. Das ist vielleicht auch psychologisch ein Bereich. Also das heißt, ich bin jetzt nicht bei 23,55, sondern auf der 23,49 an der Stelle mit dem Stopp. Aber ich gehe davon aus, dass wir auch hier weiteres bolisches Potenzial haben, welches uns dann früher oder später wahrscheinlich sogar in Richtung der 25er-Gefilde führen wird können. Und ja, denn in Anführungsstrichen im Driver's Seat. Ganz kurz hier nochmal wechseln. Das ist immer noch die Problematik mit der verschluckten Kurshistorien. So. Ja, mehr gibt es zu Silber nicht zu sagen, tatsächlich. Also mehr habe ich an der Stelle nicht zu melden, was Silber betrifft. Wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt eben in runden Schritten nach oben eben dann die Bereiche abgelaufen werden. 25 Dollar, vielleicht auch, hoffentlich möchte ich fast schon sagen, 26 Dollar. Das ist weiterhin eine relativ unglaublich starke Vorstellung, die wir hier zu sehen bekommen. Vor dem Hintergrund nämlich, mal ganz kurz hier, dass 10-jährige Zinsen weiter auf dem Vormarsch sind. Also wir erinnern uns daran, das ist jetzt eine 5-Minuten-10-Jahres-Zins-Chart. Und gestern hier, als wir das Morning-Meeting hatten, haben wir in ähnlichen Gefilden notiert, also etwas tiefer, sogar marginal drunter, 1,63 Prozent, sind dann in der Spitze hier bis 1,67 gelaufen. Also das ist jetzt heute Nacht gewesen. Und stabilisieren uns knapp oberhalb der gestrigen Niveaus, aber deutlich oberhalb von 1,6 Prozent. Das ist vor allem das, was ich hier unglaublich interessant finde. Und diese anziehenden Zinsen sind eigentlich ein Grund dafür, für Edelmetalle besonders Gold oder auch beispielsweise Silber skeptisch zu sein, dass sich Gold und Silber derart stark präsentieren können, zeigt, dass parallel dazu offensichtlich die Inflationserwartung der Markthernehmer beginnen, auch deutlicher anzusteigen. Real-Yield-Fat. Wir können mal ganz kurz hier einen Blick werfen auf die Realverzinsung. 10-jähriger Schuldtitel, Current Month, 10 Jahre. Kann man das erkennen? Es ist nicht dramatisch, aber es ist dennoch erkennbar. Also wenn wir uns überlegen, am 1.10. zum Beispiel, um jetzt mal eine Einordnung zu haben, dann lagen wir hier bei einer Realverzinsung bei minus 0,9 Prozent. Um es zu verstehen, das bedeutet, ich ziehe hier von den 10-jährigen Zinsen, dem 10-jährigen Zins, entziehe ich eben die Inflationserwartung ab. Und wenn der 10-jährige Zins bei eben in dem Fall minus 1,5 liegt, dann bedeutet minus 0,9, dass die Inflationserwartung bei 2,4 Prozent liegt. Und das in Folge dessen 1,5 minus 2,4 minus 0,9 eben ergibt. Und jetzt gehen wir noch mal kurz auf die 10-jährigen Zinsen. Wo haben wir zinstechnisch am 1. notiert? Deutlich tiefer. Und das war hier. Das waren diese Gefilde ungefähr. Also das heißt, 15 Basispunkte tiefer. Um 1,5 Prozent. Tatsächlich. Und jetzt notieren wir höher. Bei 1,64. Also 15 Basispunkte höher. 1,64 Prozent. Sehen aber, dass eine aktuelle Realverzinsung hier ausgegeben wird von minus 0,92. Was bedeutet das? Nun, wenn der Zins 15 Basispunkte steigt, allerdings hier sich in diesem Zusammenhang diese Niveaus bestätigen, also von Anfang des Monats, wo wir allerdings 15 Basispunkte niedriger notiert haben, impliziert, dass die Inflationserwartung der Marktteilnehmer gestiegen sein muss, um das Verhältnis hier konstant zu halten. Und genau das ist eben etwas, was dann unterm Strich dafür spricht, dass Edelmetalle auch potenziell weiter bullische Performance erwarten lassen dürfen. Und dass eben hier die Vorgaben weiter ganz klar long bleiben. Wie gesagt, dass dann früher oder später vielleicht mal ein kurzer Rollover stattfindet in 10-jährigen Zinsen, der dann aber stark beschleunigend auf der Oberseite beispielsweise für Gold oder eben Silber dann an der Stelle entwirkt. Hier noch ganz kurz der Blick einmal auf Gold. Die charttechnische Konstellation ist hier nicht ganz so interessant, aber nichtsdestotrotz, wir laufen hier erneut jetzt in einen brisanten Bereich. Diese Trendlinie, die man hier miteinander verbinden kann, das sind die Mai-Hochs, Mai-Juni-Hochs beziehungsweise hier die September-Hochs. Wir sind gegen die 1800er-Region ja nochmal sehr deutlich übergerollt, haben einen relativ scharfen Flasch gesehen. So, das ist noch gar nicht so lange her. Moment übrigens. Da können wir es erkennen, 19. Oktober, beziehungsweise, nee, noch gar nicht, war es noch ein Stück weit zurück. Hier, das war am 15. Oktober. Dieser relativ scharfe Flasch, den wir hier zu sehen bekommen haben, nach dem starken Anstieg, Post, eben, mal gucken, Post, stimmt gar nicht. kurz überlegen, was war denn am 13. Oktober? Achso, da waren die Inflationszahlen, natürlich. Ich hatte jetzt ganz kurz ein bisschen die Orientierung verloren, weil die Non-Farm-Payrolls hatten ja auch einen kurzen Spike gesehen auf der Oberseite, aber das waren die Inflationszahlen aus den USA bei 5,4% Year-N-Year, die veröffentlicht worden sind und dann sind wir, naja, da sind wir halt relativ zügig wieder übergerollt. Also der 13. toppen aus am 14. und dann gab es auf 15. Ebene entsprechend diesen relativ scharfen Push auf der Unterseite und gegen die 1800er-Region hat der eine oder andere technische Gründe ins Feld geführt, gesagt, naja, wir toppen aus gegen diesen Bereich. Folglich ist das aus technischen Gesichtspunkten nachvollziehbar, was da stattgefunden hat. Ich mache jetzt kurz einen Blick. Interessant. Jetzt laufen wir diese Gefilde nochmal an. und demnach könnte auch hier zeitnah durchaus realistisch ein bullischer Break bevorstehen, also sprich ein deutlicher Push über die 1800er-Marke anstehen, der dann übrigens relativ zügig auch weiteres Potenzial freisetzt in Richtung der Region 1830, 1835 US-Dollar pro Fein-Unter. Also das heißt, es könnte durchaus sein, auch wenn das jetzt nicht gerade der heißeste Markt ist, Edelmetalle, aber es könnte durchaus sein, dass auch hier einiges Heißes an Volatilität eben ins Haus steht, sobald es dann zu einer Eröbung der 1800er-Marke in dem Fall für Gold eben tatsächlich kommt und dann Aufschläge uns führen bis 1830, 1835 pro Fein-Unter. So, ich gucke mal jetzt ganz kurz einmal hier in die Chatbox, da war gerade eine Frage. Öl. Okay, Öl, da können wir natürlich Augenblick draufwerfen. Einen Moment. Mal kurz gucken. Ich will hier schon drin. WTI und dann Continuous Contract. Also, das ist jetzt der WTI-Kontrakt. Ja, ähm, müssen wir mal ganz kurz hier gucken. Einmal, äh, ne, kann man nicht. So, also, sofern es nochmal zu solch einem Szenario kommt, äh, ein Rücksetzer übergeordnet, vielleicht Richtung der 76er-Gefilde. Aktuell, ähm, ist durch den Ausbruch eben hier auf neue, auf neue Jahresruchs an der Stelle, hat es nochmal einen kurzen Retest gegeben. Das war am 7. Oktober, aber seitdem sind wir erneut off the races. Also, Energiekrise, in Anführungsstrichen. Das ist einmal hier eben der Haupttreiber und in dem Zusammenhang eben dann auch die anziehenden Inflationserwartungen, die resultieren aus, steigenden Rohstoffpreisen. Ich sehe, ehrlich gesagt, allerdings wenig Gründe, warum wir solche einen Pull-In zu sehen bekommen sollten. Ähm, betrachten wir das Ganze vielleicht mal auf der untergeordneten Zeitebene, da kriegen wir vielleicht ein bisschen bessere Chance an der Stelle. Eventuell die 81, 81, 70er-Region. 82, 81, 70er-Region hier. Und dann haben wir auch ein Level-Ging noch was riskieren. Da würde ich einen Stop haben hier unterhalb der 80, 50er-Region ungefähr. Also, das heißt, 1,20 Dollar Risiko pro Barrel, das sind dann so bei 81,70, sofern wir diesen Bereich anlaufen. Könnte ich mir vorstellen, dass das Long aus diesen Gefilden ganz interessant ist. Wie gesagt, Stop 80,50, diese Region hier. Und Ziel, ja, Oberaufwärtsland-Kanalbegrenzung, also 86, vielleicht sogar 87 Dollar, die wir dann anlaufen. Das sind aus diesen Gefilden dann 5,50 Dollar Chance bei 1,20 Dollar Risiko. Das ist ja vor größer 4 zu 1. Also, das wäre so ein Szenario. Damit könnte ich mich noch anfreuen auf der Stunden-Ebene. Wie gesagt, im Daily sehr schwer, also zu sehen, dass wir noch mal unter 80 droppen. Eher bekommen wir wahrscheinlich gegen die 81,50er-Region, 81,70er-Region schon wieder verstärkt Nachfrage und würden in dem Zusammenhang diese Trendstruktur dann eben halten. also das heißt bzw. diese Aufwärtstrendlinie dann halten können. Ja. Soweit. Soweit wäre es das eigentlich dann auch größtenteils gewesen. Wir können noch mal ganz kurz einen Blick werfen vielleicht auf die Wiesen. So spektakulär stellt sich das Bild jetzt da nicht dar. Aber nichtsdestotrotz rein technisch sicherlich interessant. Aufwärtsequenz haben wir. derzeit noch weiter intakt, aber der Euro, dem geht schon wieder die Luft aus in Anführungsstrichen gegen die 16,70er-Region kann man hier sehen. Ganz klar auszumachen, potenzielles Doppeltop, was wir zu sehen bekommen. Beziehungsweise es wird zu einem Doppeltop just in jenem Moment, wo wir unter 16,20 rutschen würden. So muss man das besser formulieren. Was dann auch korrespondieren würde mit einem Bruch dieser Trendlinie. Und dann folglich den Weg freimachen dürfte erneut für einen deutlichen Push unter das 1 am 16er-Level. Es ist nicht wirklich attraktiv derzeit, was der Devisenmarkt uns beithält. Erstaunlicherweise kann der US-Dollar nicht von diesen anziehenden Zinsen profitieren. Das ist ziemlich interessant, ehrlich gesagt. Unterstreicht ehrlich gesprochen die These, auch wenn sie jetzt im kurzfristigen Bereich vielleicht ein bisschen wagenmutig anmutet, aber dass man eben sagt, das ist ein ganz klar auszumachende anziehende Inflationserwartung und zu dem machen potenzieller Kaufkraftverlust des US-Dollars. der den US-Dollar aufbreiter von unattraktiver werden lässt, trotz anziehender Zinsen. Ich will es nicht überbewerten, aber es ist durchaus etwas, was man im Hinterkopf behalten sollte. Das bedeutet dann etwas anders formuliert, selbst wenn es zu diesem Break käme, an dieser Stelle, der US-Dollar jetzt hier so ein bisschen Catch-up spielt, heißt das nicht, dass sich das zwangsläufig negativ auf beispielsweise Edelmetalle auswirken würde. Das ist vielleicht auch dann in dem Zusammenhang weiter gesagt, eben weil der US-Dollar mehr und mehr als relativ schwach oder skeptisch vielleicht beäugt wird seitens der Marktheilnehmer an der Stelle. So würde ich das jetzt grob interpretieren, was wir dort zu sehen bekommen. Wie gesagt, also Schlüsselregion hier im Euro-US-Dollar-Region um roundabout 16,20, 16,30 ungefähr. Wenn wir die brechen und dann auf Tagesschlusskursbasis eben auch unterhalb uns halten können, ist ein deutlicher Lauf zurück unter das 1,16er-Level durchaus einzukalkulieren. Sehr, sehr wahrscheinlich eben tatsächlich. Ja, das wäre es soweit gewesen. Dann hoffe ich an dieser Stelle, dann hoffe ich, dass sie auch was für ein Trading mitnehmen können. Und wie gesagt, Tesla wird durchaus interessant, 8,50 ist das Schlüssellevel, hat Pinterest auf dem Schirm, auch das könnte nach dieser Geschichte mit Paypal durchaus interessant werden im Einzeltitelbereich. Bitcoin bleibt mega heiß und wie gesagt, er erwartet da nicht zeitnah in den Top. Da braucht es sehr, sehr viel mehr als ein kurzfristiges Abnehmen eben des Momentums auf der Oberseite, was wir derzeit noch nicht was ausmachen können. Gegen die Ausbruchregion ist nochmal deutlich aufgedreht. Technisch ein sehr, sehr stark buddisches Signal. Erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Laufs in den Wochenschluss hinein, eventuell sogar in Richtung des nächsten psychologischen relevanten Bereichs um 70.000 Dollar und höher. Und ja, soweit meinerseits. Also, hat euch das Video gefallen? Lasst gerne ein Like hier. Abonniert gerne den Kanal. Ich wünsche euch Happy Trading. Passt auf eure Stops auf. Wir hören uns morgen wieder zum Morning Meeting 10.30 Uhr. Wie gewohnt. Ich freue mich drauf. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.